Auf die Plätze, fertig, los! Pizephren, macht's möglich! Ist das denn der Hersteller vom Herrn Petzl? Nein, Petzl und Sebastian. Öfters mal in der Natur, live on tour, zündende Ideen mit Aihan Bustanschi unterwegs, ohne Grenzen, für mehr Fitness. Ob in den Bergen, in den Wäldern oder bei Althof, Fitness, World Champions. Es werde Licht, auch mit LED-Lenzer und den richtigen Innovatoren. All the greatest. Na dann, ab! Ich werde zufrieden, denn die haben's drauf. Fitness ohne Grenzen, die etwas andere Ecke, Service-Ecke. Viel Spaß wünscht! gana.com.tv und Partner.